Hey, das ist Simon. Er studiert in Würzburg an der FHWS und ist auf sein Fahrrad angewiesen. Doch jetzt hat er ein Problem. Sein Fahrrad ist kaputt. Und weil er erst seit kurzem in Würzburg wohnt und sich nicht so gut auskennt, fragt er seine Freundin Anna. Anna ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Sie fährt zum Beispiel lieber Fahrrad als mit dem Auto, ist Vegetarierin und verzichtet so gut es geht auf Plastik. Jedoch ist es ihr nicht nur wichtig, auf ökologische Nachhaltigkeit zu achten, sondern auch den sozialen Aspekt mit einzubeziehen. Deswegen schlägt sie Simon vor, ins Erdteil Sozialwerk zu gehen, um sein Fahrrad dort reparieren zu lassen. Doch was bedeutet eigentlich soziale Nachhaltigkeit? Bei sozialer Nachhaltigkeit geht es in erster Linie um den Menschen. Das Ziel ist es, die menschliche Würde genauso wie das Arbeits- und Menschenrecht zu gewährleisten. Das heißt zum Beispiel Armut bekämpfen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit und menschenwürdige Arbeit. Nur was hat die soziale Nachhaltigkeit nun mit dem Erdteil Sozialwerk zu tun? Betrachten wir als erstes den Fahrradservice des Erdteil Sozialwerks. In diesem bieten 30 Menschen mit psychischer Erkrankung den Kunden und Kundinnen einen Rundum-Service für das Rad. Von einer professionellen Fahrradreparatur, Fahrradzubehör bis hin zu gebrauchten Rädern und E-Bikes. In der Sanderstraße in Würzburg befinden sich der Fahrrad- und der Schraubenservice, welcher hochwertiges Werkzeug sowie Schrauben, Nägel und Muttern anbietet. Diese Serviceangebote sind Teil der Werkstatt des Erdteil Sozialwerks mit Sitz in der Würzburger Erdteilstraße. Die Werkstatt ist eine anerkannte Werkstatt für Menschen mit psychischer Erkrankung oder Behinderung, auch WFBM genannt, und bietet rund 325 attraktive und vielseitige Arbeitsplätze für Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sind. Weitere Angebote bilden die Tagesstätten Horizont, bei der ca. 28 Menschen mit psychischer Erkrankung ein tagesstrukturierendes Angebot erhalten, sowie der Wohnverbund des Erdteil Sozialwerks, der verschiedene Wohnangebote für psychisch erkrankte Menschen anbietet. Hier variiert das Angebot von der Wohngemeinschaft bis hin zur ambulanten Betreuung in den eigenen vier Wänden. Ähnlich und doch ganz anders ist das Rehabilitationszentrum Haus St. Michael in Würzburg. Nach dem Motto »Zurück ins Leben, zurück in den Beruf«, bietet das Haus St. Michael medizinisch-berufliche Rehabilitation mit dem Ziel der Wiedereingliederung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Beratung und Hilfen für Menschen mit psychischer Erkrankung bietet der Sozialpsychiatrische Dienst, Beratungsstelle für seelische Gesundheit in Würzburg, Gemünden und Markt Heidenfeld. Rund 550 Menschen mit psychischer Erkrankung sowie hunderte Angehörige begleitet und berät der Sozialpsychiatrische Dienst jährlich, vertraulich, professionell und kostenfrei. Diese verschiedenen Einrichtungen, welche insgesamt auf neun Standorte in Unterfranken verteilt sind, haben es sich alle zur Aufgabe gemacht, Menschen mit psychischer Erkrankung und Behinderung zu unterstützen und ihnen ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Simon ist nun begeistert von dem umfangreichen sozial nachhaltigen Angebot in seiner neuen Stadt und glücklich darüber, dass sein geliebtes Fahrrad wieder funktioniert. Und wie seine